Ich weiß es auch noch nicht, wer von euch ein toller Yoga-Lehrer wird. Ein Yoga-Lehrer auch als Frau muss Eier haben. Was ich im Yoga so schätze, dass sich da irgendwas freigesetzt hat in der Praxis. Nur ganz kurz manchmal, aber für so einen Augenblick, wo ich dachte, das ist so ein Zustand von Zufriedenheit und totaler innerer Wärme und Freiheit. Das, was Yoga unterscheidet von allen anderen, Aerobik oder Fußball, es macht mich aufgeräumt, mein Geist ist aufgeräumt. Hier ist ein Bewusstsein von sich als Individualität und auch der Wille, das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Ich leide einfach total darunter, dass ich nicht Zeit für alles habe. Und deswegen ist mir alles zu viel. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich selber so wahnsinnig unter Druck setze. Sowieso mit allem im Leben. Jetzt natürlich auch wieder mit dem Yoga. Brilliant. Eins, zwei. Action. Was auch an dieser Gruppe oder an dieser Ausbildung mich so sehr beglückt hat, dass eben hier mal wirklich genau das gefordert wurde, wirklich authentisch zu sein und daran zu arbeiten, einfach das zu werden, was man in Wirklichkeit ist. Das gibt es einfach in der Gesellschaft, gibt es das einfach, habe ich das noch nie so gefunden. Oskar Röhler wird jetzt schon 50. Schätze, ich werde 45. Das ist 50. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo.